Was ist die Veranstaltung sehr gut organisiert? Also zum einen, die Veranstaltung war sehr gut organisiert und der Hybrid hat eigentlich reibungslos funktioniert. Das ist eine gute Erfahrung, die man da gemacht hat. Und trotzdem waren sehr viele Leute vor Ort. Was heuer besonders beeindruckt hat, waren die extrem hochkarätigen Vortragenden. Das haben wir vom vorigen Jahr übernommen, dass es so wichtig ist, dass wir Vorträge bekommen, die wirklich auch Neuigkeitswert haben, die die Entwicklungen, die wir erwarten, auch sehr gut und verständlich präsentieren können. Und so betrachtet war es eine großartige Veranstaltung.